Das ist die neue Webseite der Naturfreunde Bayern. Sie basiert auf dem Content-Management-System Joomla und ist gerade in der Bearbeitung. Wir haben ganz oben die Startseite, die Einstellungsleiste, wo wir die Schriftgröße verändern können. Das funktioniert einfach so, indem wir auf die verschiedenen A's klicken. So wird die Schriftgröße oder kleiner. Die Voreinstellung ist das mittlere. Wir haben danach ein Bühnenbild, das freigestaltet werden kann und wir haben auf der linken Seite unser Menü. Das besteht aus dem allgemeinen Menü der Naturfreunde Bayern mit über uns den Fachbereichen, Veranstaltungen der Fotogalerie, dem Bereich für Presse und Medien, unseren eigenen Publikationen und einer eigenen Seite zum Thema Mitglieder werden. Wir haben dann die Links auf Partner Organisationen, natürlich unser Impressum und ganz unten das Login, mit dem man sich anmelden kann, um die Seite zu bearbeiten. Lesen kann man, was freigegeben ist, auch ohne angemeldet zu sein. Hier in der Mitte haben wir den Textbereich, in den Texte, Tabellen und Bilder gestellt werden können. Es ist noch nicht optimal formatiert, aber das soll ja jetzt im Zuge dessen passieren. Und wir haben auf der rechten Seite unseren Kalender, wo unsere Veranstaltungen eingetragen sind und die Liste der nächsten Termine, bei denen wir aktuell keine eingetragen haben. von didnmü Calender